Dieses zu erwerbende sanierte Elfzimmer-Einfamilienhaus liegt im Kreis südliche Weinstraße. Das im Jahr 790 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über sechs Garagenparkplätze. Es hat zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 753 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 260 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 439.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.